ein wunderschön da bin ich auch schon wieder euer odin und ich begrüße euch zu einem neuen video und wie immer zu weihnachten mein weihnachtsvideo ich wünsche euch allen frohe und gesunde weihnachten in fleißigen dicken kerl in rot beziehungsweise fleißiget christkind bei uns kommt ja jetzt ab sofort christkind weil der weihnachtsmann ist ja nur der hilfe hat meine frau sagt naja ich hoffe ihr könnt die zeit im kreis eurer lieben genießen oder macht euch einen entspannten je nachdem ich würde mich freuen wenn wir uns bald wiedersehen heute kommen auch noch videos also das kommt jetzt frühstet werde ich jetzt planen gleich für früh um sieben und im laufe des tages kommen noch ein paar videos die ich dann von hand frei gebe die sind nicht geplant habe ich euch ja schon ein paar mal erklärt vielleicht machen wir heute abend auch noch ein livestream ganz bestimmt machen wir ein livestream denke ich mal ganz stark und bis dahin wünsche ich euch was allen frohe weihnachten gesegnete fest sagt man ja sozusagen nicht dass euch wundert meine tochter knabbert mein stuhl an mein nobel scher der scheint wohl lecker zu sein so wir sehen uns dann bis dahin ich wünsche euch was bis zum nächsten mal ahoi das sagt euer odin